Ich bin heute auch halb sechs aufgestanden. Was war das für eine Nummer? Zehn. Zehn? Morgen! Hallo! Welche Nummer habt ihr? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist ein Blatt abenteuer. Die erste Pferde im Zug sind. Guten Morgen, sehr flott vorgefahren. Oh, ja, ja, ja. Wir haben einen Bordeschiff. Vielen Dank. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020